Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Tovaland. Wir wollen uns nämlich die Summer Feelings hier mal genauer anschauen und was es hier alles so Besonderes gibt. Also, wie ihr sehen könnt, kein T-Shirt an. So warm ist es tatsächlich. Es ist sehr schwül, hat immer wieder zwischendurch geregnet. Aber das uns nicht abschreckt, ich würde sagen, let's go! Wir sind im Tovaland drin bei den Summer Feelings. Das Tovaland hat täglich bis 21 Uhr auf, bis zum 28. August. Und das ist echt krass. Eine längere Parköffnung wird uns heute erwarten. Wir sind auch erst um 15 Uhr hier. Wir haben aber jetzt noch sechs Stunden Zeit. Und es gibt tatsächlich die ein oder anderen Zusatzprogramme, Unterhaltungsprogramme. Das werden wir uns heute anschauen. Ob wir alles schaffen, wissen wir nicht. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist nicht einfach nur eine längere Parköffnung. Es wird tatsächlich auch noch einiges geboten. Das Programm ist eigentlich so fast identisch wie wir im letzten Jahr auch. Was erwartet uns denn eigentlich? Feuerspickerinnen sind am Start, Singers, Songweiter sind da. Dann haben wir noch zwei, die beim letzten Mal auch schon richtig cool hier mitgesungen haben und Stimmung gemacht haben. Das ist direkt hier vorne. Da gehen wir auch gleich als allererstes hin. Seifenblasen haben wir. Und einmal Merlin, der zu einem noch spricht und den man auch hier treffen kann. Also wie ihr seht, so ungefähr wie letztes Jahr, falls letztes Jahr auch nie gewesen seid. Stimmen wir uns auch mal hier ein bisschen ein mit Live-Musik. Am Magischen Valley findet ihr hier hinten so eine kleine Bühne. Und da wird uns gleich Live-Musik erwarten. Wir haben uns jetzt hier mal zum Einstieg ein bisschen Erdbeeren geholt und Blaubeeren. Und ja, die Musik ist jetzt hier ein bisschen elektronischer, aber ich finde es auch mal was anderes. Ich finde es auch ganz cool. Also die beiden machen es wirklich mit Leidenschaft. Das merkt man richtig. Und es klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich sehe es hier total gerne. So, die Erdbeeren sind fast aufgefuttert. Und ja, logisch laufen auch alle Attraktionen bis 21 Uhr mit dem Turmbadern. Und ich würde sagen, eine Runde Achterbahn wäre jetzt auf jeden Fall das Richtige. Wir wollten gerade eine Runde Phoenix fahren und dann kam uns dem Avalon Merlin entgegen. Und mit Merlin könnt ihr ein paar Fotos machen. Und ja, hier vorne kann man auch noch ein bisschen zuhören. Und ich glaube, es ist eine kleine Show auch noch, die da vorne stattfindet. Aber wir wollen gestern Runde Phoenix fahren. Und ich glaube, es ist ein bisschen zuhören. Phoenix ist auf jeden Fall cool. Zwei Züge, wenig Wartezeit. Perfekt auf jeden Fall. Und hier gegenüber werden wir jetzt im Restaurant was kleines essen, weil da erwartet uns jetzt auch ein Singer-Songwriter. Und da müssen wir auf jeden Fall noch zuhören. Hier im Restaurant Claiming Fisa direkt in Avalon. Und Singer-Songwriter ist auch schon am Start. Fängt gleich an und wir gucken mal, was wir leckeres essen. Und dann sind wir abbekommen und es ist wirklich sehr, sehr schön zu sitzen. Hier auch mit der Live-Musik ist wirklich so eine wunderschöne Atmosphäre. Echt wunderschön mit der Live-Musik. Das Essen war auch sehr, sehr lecker. Die Salates waren sehr früch. Es ist tatsächlich jetzt nicht so preiswert. Wir haben für beide Salate plus Getränke 40,40 Euro bezahlt. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal den neuen Bereich an. Wir sind jetzt hier im neuen Bereich von Avalon und der Bereich ist auf jeden Fall jetzt schon viel, viel belebter. Und wenn ihr natürlich wisst, was die einzelnen Attraktionen hier so sind, schaut unten in der Infobox vorbei. Wir haben ein Video von der Eröffnung gemacht. Wir waren dabei am Start und deswegen gehen wir jetzt hier nicht mehr gesendet auf die Attraktionen ein. Aber für uns geht es jetzt auf die Runde. Eine Runde Gartentour. Wir sind jetzt hier in der Gartentour und ich finde die ist so toll. Es ist zwar so klein, aber es ist so toll gemacht. So viele Details. Und hier hängen zum Beispiel Äpfel. Richtig, richtig cool. Voll begeistert Äpfel, wow. Nein, aber einfach so diese Details halten. Das ist total schön. Der neue Bereich hier bei Avalon, das sieht richtig, richtig gut aus und es ist einfach so, als wäre der Bereich schon immer da gewesen. Und das, was man wollte, dass der Bereich jetzt viel belebter ist, das wurde auf jeden Fall erreicht. Leute, das Wetter ist so wechselhaft. Irgendwann war ja alles bewirkt. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich komme wieder leicht und schwitzen. Irgendwie nicht passend angezogen. Aber die ein oder anderen Specials gibt es tatsächlich noch. So eine kleine Seifenblasen-Mitmachshow. Und da wollen wir jetzt mal vorbeischauen. Wir sind jetzt hier wieder im Magic Valley. Und hier ist auch wieder die von Tancho Katana, aber die ist ja jedes Jahr, also jedes Mal hier. Also die ist jetzt nicht speziell zum Sommer für links hier. Direkt daneben ist nämlich die Bubble Magic. Also da will ihr in den Seifenblasen-Mitmachshow sehen. Und wie das genau aussieht, das werden wir jetzt nochmal einbinden. Komm, er ist hellig bei euch. Solche magische bellen habt ihr noch nooit gesehen. Guti-verst Mot Ditis Guti-verstieglt Guti-verstiegcht Guti-verstiegли Guti-verstieg Ich habe die Story jetzt nicht so ganz verstanden, weil ich die Sprache nicht so spreche, aber die Seifenblasen sind auf jeden Fall irgendwie weg und deren Aufgabe ist es, die Seifenblasen wieder herzustellen und irgendwie aus Magie von verschiedenen Themenbereichen, zum Beispiel Avalon ist am Start und hört man ab und zu die Phoenix Soundtrack im Hintergrund und Avalon Soundtrack im Hintergrund. Und irgendwann mischen die so ein paar Sachen so zusammen und dann entstehen Seifenblasen. Am Ende dürfen die Kinder aber noch selber die Seifenblasen machen. Das wird ihnen dann gezeigt, wie das funktioniert. Also richtig, richtig schöne Mitmachtgeschichte am Ende noch. Und die Storyline wird so ungefähr die Richtung gewesen sein und das ist auf jeden Fall auch eine total süße Idee. Nach der Seifenblasenshow muss ich mich unbedingt in die nächste Wasserbahn schmeißen und wie gut, dass es hier im Torvaland direkt zwei Wasserbahnen gibt und wie das gerade aussah und warum wir jetzt so nass sind, das seht ihr in der nächsten Story. Die Wasserbahn hat eine Rückwärts- und eine Vorwärts-Abfahrt. Ich muss sagen, ich bin zum Glück ein bisschen trocken geblieben. Kevin, ganz hinten hat es ein bisschen mehr erwischt. Jetzt werden wir aber noch zur Feuerschau gehen und zwar ist sie direkt bei Troy. Ich stehe jetzt hier mittlerweile bei Troy beim Ausgang. Bibi musste noch eine Runde auf der Reitbahn mitnehmen. Und hier oben auf dem Stationsgebäude wird uns gleich die Feuerschau erwarten. Es ist eine kleine Feuerschau, die euch erwartet auf dem Dach von Troy. Es ist die ersten beiden, also es ist aufgeteilt in so vier Akten quasi. Ich finde so die ersten beiden Akten ein bisschen langweilig, die ziehen sich ein bisschen am Ende. Es wird dann auch noch Feuer gespuckt, dann kriegt die Show auf jeden Fall Fahrt auf. Aber was darf da wirklich nicht fehlen? Eine Runde Troy, wenn wir schon mal hier sind. Wir kommen gerade von Troy. Und es ist nicht immer so einfach, das Aussteigen, wenn man gerade wo dann gewohnt ist, so wie Kevin. Naja, er wollte einfach aussteigen und der Gurt, der war noch nicht ganz offen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Troy einmal fahrt, dann seht ihr von oben auch ein Pop-Up-Camp. Ihr habt die Möglichkeit in der warmen Zeit dort vor dem Torvalent zu übernachten, beziehungsweise auch vor Troy. Und ich glaube, die Atmosphäre bei Sonny im Bett ist einfach nur grandios. Wir hatten eigentlich auch mal vor, das zu machen, aber irgendwie verpassen wir es immer. Aber wenn ihr es schon mal gemacht habt, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, langsam neigt der Tag sich so zum Ende entgegen. Und mal gucken, was jetzt noch so ansteht. Hier bei Port Laguna gibt es noch ein bisschen Party-Musik. Dieses Jahr zwar kein DJ, aber trotzdem passt irgendwie ein bisschen, um den Abend nochmal ausklicken zu lassen. Hier gibt es Cocktails und so ein Brot halt mit Dips. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und wir gucken mal, ob wir das noch trocken können. Wir lassen jetzt hier den Abend an der Port Laguna ausklingen. Haben uns noch zwei Cocktails organisiert und hier so ein kleines Snackbrett. Brot, drei Dips und dann kann man sich noch wahlweise Oliven holen. Und ja, das Brot und die Dips kosten 12,50 Euro. Die Oliven kosten dann 7,50 Euro und die Cocktails alkoholfrei für 6 Euro und mit Alkohol für 10 Euro. Wir haben jetzt den Park verlassen. Das ist erstmal wirklich sehr, sehr lecker. Die Summer Feelings gehen noch bis zum 28. August. Und ich persönlich finde auf jeden Fall, es lohnt sich. Auch abends leert sich der Park und da hat man auch mal die Möglichkeit, noch mal mehrere Attraktionen zu fahren. Auch die Shows, die hier sind in den kleinen oder anderen Stellen sind klein und fein. Schaut vorbei. Wenn ihr das mal vorhabt, gerne mal in die Kommentare. Und wir haben eigentlich Bock, nochmal vorbeizukommen. Aber wir gucken mal, ob wir das zeitlich noch schaffen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben und über ein Abo, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Das war es dann von uns an dieser Stelle und bis dann in der Henne. Tschüss.